Mit dem magnetischen Strahl aus Gottes Gedanken fällt und der höchsten Liebe betrete ich diesen Raum. Ich bin Elias, der magnetische Meister und spreche die Worte von Omar Tassad zu dir. Ich trage magnetische Energien in mir und mit diesen Energien möchte ich dich heute unterstützen. Manchmal kommt es vor, dass du vielleicht nicht ganz im Gleichgewicht bist und manchmal kommt es vielleicht auch vor, dass dir etwas schwerer fällt, als du es gewohnt bist. Und so wurde ich heute gerufen, um deine beiden Gehirnhälften zu aktivieren. Dafür ist die magnetische Energie sehr gut geeignet und du weißt, dass ich der Meister dieser Energie bin. Mit jedem Wort, was ich zu dir spreche, beginnt diese Energie zu fließen. Vielleicht fühlst du schon im Stirnbereich ein kleines Krippel, dann weißt du, dass dich meine Energie berührt. Du brauchst während der Aktivierung nichts zu machen. Es reicht, wenn du dich vollkommen entspannst. Und so bitte ich dich, das Licht der Liebe einzuatmen und dich mit jedem Atemzug immer tiefer fallen zu lassen. Lege den Fokus darauf, magnetische Liebesenergie einzuatmen. Diese Energie breitet sich in dir aus, von deinem Herzen ausgehend, in alle Chakren, von deinem Herzen ausgehend, in alle Ebenen deiner Aura. Und nun lege den Fokus auf dein Kronenchakra, denn dort werde ich die Energieübertragung vornehmen. Es fließt zu dir die höchste magnetische Energie aus den Reichen der Wirklichkeit ein. Sie fließt direkt in dein Kronenchakra und von dort in deinen Kopf. Nun werden beide Hälften deines Gehirns gleichzeitig aktiviert. Gebe dich den Schwingungen dieser Energie hin und genieße, genieße die Grenzenlosigkeit deines Denkens. Genieße einfach zu spüren, wie vollkommen du bist. Und nun bitte ich dich, den Fokus darauf zu legen, alle Zellen in deiner rechten und linken Hirnhälfte zu öffnen. Somit ist es einfacher, die Energien aufzunehmen, welche ich dir sende. Dadurch erleichterst du die Übertragung der Energie und die Aktivierung deiner rechten und linken Gehirnhälfte. Nun lege ich den Schwerpunkt auf deine rechte Gehirnhälfte. Spüre, wie sie sich mit Energie auflegt. und nun lege ich den Schwerpunkt auf deine linke Gehirnhälfte. Spüre, wie sie sich auflegt. Und spüre, wie eine Einheit entsteht und du nun in der Position bist, im höchsten Bewusstsein wahrzunehmen, die Einheit wahrzunehmen, anders wahrzunehmen als bisher. dieser Zustand erhöht dein Denkvermögen, deine Aufnahmekraft und stellt die Basis dar, um altes Wissen in dir zu aktivieren. Genieße die Strömungen der Energie versuche, besonders die linke Gehirnhälfte wahrzunehmen. Genieße die Strömung der Energie und versuche jetzt, die rechte Gehirnhälfte wahrzunehmen. Und vielleicht weißt du nun, welche Seite deines Gehirns noch mehr aktiviert werden muss, dann bitte ich dich jetzt, dich auf die eine Seite zu konzentrieren. Ich sende gezielt Energie zu dir. Und nun gleiche ich noch einmal die Energien beider Seiten aus. Spüre, wie ein Strom durch dich fließt. Spüre, wie sich deine Wahrnehmung vergrößert hat. Und wenn ich dich anschaue, erkenne ich, dass die hohe Energie des Magnetismus in dir fließt. Ich erkenne, dass du jetzt in diesem Moment in der vollsten Kraft deines Bewusstseins bist. Und somit ist für diesen Moment meine Aufgabe erfüllt. Mit großer Freude verbeuge ich mich vor dir. Und vielleicht magst du ja diese Aktivierung noch einmal wiederholen. Denn mit jeder Wiederholung stärkst du das, was jetzt geschah. Und so spreche ich die Worte des Abschiedes von An-Anascha zu dir. An-An-Anascha Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020